Aber du bleibst da, oder? Oh Gott, ich hab da jetzt... Den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Aber okay. Keep cool. Den werde ich jetzt holen. Jeweil muss ich hochgehen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach... Das ärgert mich. Das ärgert mich so dermaßen. Ja, gut, dass ich da ein paar Teile eingerissen hab. Ach Gott. Ich weiß nicht, ob die kleinen Vasen reichen für die Schalter. Hm, die reichen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nein. So, mindestens zwei Etaschen. Cooler. Okay. Okay, cool. So, der soll hier sein. Ach nee, der soll hier gegenüber sein. Oh, okay. Hm. Hm. Oh, schade. Hätte gehofft, dass das klappt. Okay. Okay. So, es sieht so aus, als müsste ich wohl oder übel wieder runter und mir was holen. Ach, Mann. Geh mal runter, das geht zum Glück schnell. Ich muss ja nicht besiegen. So, geh mal kurz hoch. Nehm das mit. Und holen wieder ab. Oh Gott. Verdammt. So, dann geh' ich weiter da rüber. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wie jetzt? Willst du mich verarschen? Ah. Gut. Endlich. Es spielt mir mich ärgern. Es spielt mich ärgern. Ich bin mir ärgern. Oh. 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 So. So. so so gut ach so jetzt weiß ich was ich machen muss haha da war ein Schalter so dann nehmen wir einen von euch das Buggeln hier so wird das nicht gedacht so Stab drauf zum Glück kann man das auch unten in Riesen machen so yes Oski bitte und ich bin weg oh Herzteil ähm ja ist schon nett eigentlich aber wow 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 wie viel habe ich da oben vergessen oh Gott da muss ich noch weiter drauf oh Gott verdammt verdammt naja muss ich wieder zurück gehen ich habe da nun mal was vergessen ich muss Fehler korrigieren stopp stimmt ich habe keine Pfeile ausgerüstet gerade ich weiß das nicht gerade der wild spannendste Part ist jetzt halt leider so kann ich nicht ändern es ärgert mich halt persönlich ich dörbe weil ich hätte es ja voll mitnehmen können ich hätte mir die ganze Arbeit ersparen können habe ich aber nicht fuck so jetzt geht das groben weiter zum Glück sind es denn keine Gegner da ich muss mich ja komplett durchdrehen ähm ich habe in die andere Richtung gelenkt liebe Spiel ach Gott na Zelda ist da ich weiß ich weiß noch ob es im HD Remake auch so krass war äh boah was da habe ich für Bullshit ich meine im originalen GameTube Teil oder wie Teil aber hier oh man so schönes Herz habe ich wieder voll oh Gott da tut es mir schwer ein traction 部分 ev wurde partnership なく ä questa maybe lä K Stimmt. Dann mach ich das mal anders. Da kommen wir jetzt grad so'n Gedanke. Oh, Pfeile kann ich immer gut gebrauchen. Jetzt weiß ich auch, wieso so viele da oben sind. Runter mit dir. Runter mit dir. Runter mit dir. Okay, die brauch ich auch alle dann. Hoff ich mal. So. 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 Huh. Huh. Das müsste durchbrechen. Hm. Äh. Nein. Okay. Gut. Ich mach mal ne Truhe da drüben. So, ich hoff echt mal, ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. So. Oh, ja. Für den zweiten Geist bin ich auf dem richtigen Weg. Pido. So. Komm. So. Habe ich dich. Geist Nummer 21. Juhu. Okay. Habe ich erwartet. Okay. Habe ich erwartet. So. Dann bist du down. Dann bist du down. Gut. Wir haben es geschafft. Die Frage ist nur. Wie geht es jetzt weiter? Wie komme ich unten ran? Ähm. So. Was ist da drin? Paar Grubine wahrscheinlich. Yay. 20 Grubine. Bin ich. So much fucking rage. So. Ähm. Ähm. Gut. Dann. Tu mal das da hin. Ich nehm mich da hin. Okay. 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 Ist jetzt wieder zu. Was kann ich hier noch nehmen? Hey. Das könnte ich nehmen. Aber wie kriege ich das drauf? Ah. Was ich auch machen kann. Nee. Nee. Kann ich hier auch nicht nehmen? Das ist jetzt echt blöd. Ja. Müsst schon reichen. Ah. Mann. Wie schaffe ich es gerade? Was draufzustellen, damit ich hier unten runter kann. Hm. Es geht doch eigentlich kaum was. Die kann ich nicht mit hoch nehmen. Die kann ich kaum hoch werfen. Oh Gott. Ich habe da echt keine fucking Ahnung gerade. Ah. Ich mache jetzt mal kurze Pause. Ich schaue mal kurz ein bisschen nach. Weil das fuckt mich jetzt ab. Ich habe da echt keine Ahnung gerade. Ja. So. So. Ja. So. 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 So, da haben wir hier einen Zeitschrein. Gibt es hier mehr Ritter in Rüstung? Okay, das war ein bisschen zu früh. Ich liebe es halt mit ganz viel Scheißwerbung. Hm, schauen wir mal hier. Ah, gut, die Lösung ist simpel und einfach, wenn man weiß, dass es geht. Ich wusste es nicht bis jetzt. Ich habe in die richtige Richtung gedacht, ich wusste nur nicht, dass es geht. Ah, manchmal sind es die kleinen Dinge. Ja. Ah, Gott, 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 Gott. So, jetzt haben wir hier einen großen Schlüssel. Jetzt habe ich endlich das, was ich wollte. Ist noch irgendwas drin, was ich will? Nein. Ich hau jetzt ab. Ich habe die Schnauzen voll. Ich mache jetzt einen Endboss und dann ist Schluss. Ich habe da aktuell keinen Nerv mehr. Also, bei mir sind Nerven im Moment fertig. Aber ich liege da echt blank. So. So. So, oh man, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, weil Zelda geht jetzt auch langsam zu Ende, was ich als nächstes Projekt angehen kann und ich habe jetzt mal ein Bild gemacht von Spielen, die ich alle spielen möchte und ich habe festgestellt, fuck, sind das viele. Und davon sind halt auch ein paar RPGs dabei, also ein paar ist untertrieben, ich habe viele, die mindestens 40 Stunden gehen, aber die ich echt Bock habe, die zu zocken. Und ich habe ja noch ein paar, die ich fertig mache, aus allen voran Final Fantasy 7 zum Beispiel, bei dem ich eigentlich eine Ritte der Runde finden wollte, aber, oh Gott, ich bin zu nichts gekommen, ich faulenze. Oh Mann, ich muss mir echt überlegen, was ich da mache. So, das ist glaube ich jetzt der letzte aufwendige Raum. So, oh Gott, ich, ich, ja, das passt alles. Dann gehe ich jetzt hier durch, So, oh Gott, ich, ja, das passt alles. Dann gehe ich jetzt hier durch. So, der bestaum hat er hier, oh. Komm, komm, komm. Nee, tut mir leid, ich, ich habe jetzt keinen Bock. Oh Mann. Endlich, 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 endlich. Oh Gott ey. Oh Gott. Nämlich, da, wo ich vor einer halben Stunde sein wollte. Fuck, eine halbe Stunde ist das her, seit ich, seit ich den Scheiß hier machen wollte, denke ich mal. Fast nur abgestürzt. So. Puh, volles Leben. Ich denke mal, Pfeile werde ich brauchen, die habe ich die schönen ganzen Sachen gebraucht. Ab, ab jetzt zum Boss, damit der Tag gelaufen ist. Ich will ihn hochschlagen. Das erinnert mich an den ersten Boss in Ocarina of Time. Die Panzer der Spinner, Armogoma. Der hieß doch Armogoma. Au, ich bin dumm. Ähm. Oh, du fuck. Okay, da, wo gerade immer dunkel ist, geht's hier hin, oder? Ach, da ist sie. Oh, toll, das ist doch gescheuert, die Treffen. Okay, gut, dann muss ich halt mit Pfeile hoch. Was hast du davon? Hopp. Rauf. Haha. Das klappt. Das ist doch schon ein Trickiger, als ich dachte. Aber, wenn man einen Trick draußen hat. Hopps. Er geht. Nein, nicht hier schon wieder. Nein, nicht hier schon wieder. Hopps. Okay. Ich hab dich. Blick. So, hab dich erwischt. So, hab dich jetzt. So, schaffe ich es? Ha! Yes! So. Und... Bäm! Das war schon? Keine... The first round? Okay. Hä? Hä? Wie jetzt? Was wird denn das jetzt? Das ist ein guter Gag gewesen. Als Gag fand ich das gut. Also gut, wir haben jetzt drei Spiegelscherben. Ich fülle nur noch eine. Teron, du hast doch dieses Monster gesehen, oder? Die böse Kraft, die in diesen Scherben steckt, ist immens gefährlich. Kann sein, dass wir da etwas ziemlich Schreckliches sammeln. Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch von diesem Übel befreien. Also Teron, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir nur noch diese Stadt in den Wolken finden, dieses Komula, wo die letzte Scherbe sein soll. So. Wieder in den nächsten Herzcontainer. Ich kann dich von hier wegbringen. Aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja, ich bin mir sicher. So. Oh Gott. Oh Gott, ey. Mein Kopf hat schon wieder total aufgehört. So, Spiel speichern wir mal schnell. Oh Gott. Spiel wurde gespeichert. Gut, das sind wir jetzt wieder hier davor. Aber ich glaube, ich höre dann hier auch auf. Ich habe ja gesagt, nach dem Boss höre ich auf. Und ja. Ich denke mal, das war es dann mit dem Spiel hier. So. Ich danke fürs Zuschauen. Es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Chau.